Hallo liebe Freunde, Assalamu alaikum, ich hoffe es geht euch allen sehr sehr gut, wie immer. Heute sind wir bei Lektion 3, Ägyptisch-Arabisch für Anfänger. Wie immer und wie er gemerkt hat, in jedem Lektion lernen wir wichtige Sätze und wichtige Wörter, die einfach sehr wichtig sind in dem ägyptischen Dialekt. Ich kann euch natürlich immer empfehlen Hoch-Arabisch zu lernen und Hoch-Arabisch könnt ihr natürlich auch bei mir lernen. Besonders schreiben, lesen und ja, dann könnt ihr auch mit den arabischen Schriften ein bisschen spielen. Lasst uns einfach anfangen. Heute werden wir dann schöne Sachen lernen, zum Beispiel. Guten Morgen. Sabah, El-Kheer. Sabah, El-Kheer. Sabah, El-Kheer. Sabah, El-Kheer. Und da? Sabah, El-Nor. Sabah, El-Nor. Sabah, El-Nor. Sabah, El-Nor. Sabah, El-Nor. Guten Abend. Masai الخير. Masai الخير. Oder Masai النور. Masai النور. Guten Nacht Dier auch Guten Nacht Einen schönen Abend Liebe Freunde, wir sind fertig mit Lektion 3, also wir sehen uns dann in Lektion 4.